ich finde einfach keine gegner also außer tote aber das ist irgendwie das was ich will der fliegt aber geil was ist das für ein pack okay und dann liegt ein kopf in der luft so ich verstecke mich mal platziert durchkommen werden das ist einer von uns brauchen wir es weg auf geht's was ich war schon kommst du näher ist klar treten kann jeder ich würde schon sagen ich jetzt so ein bogenschutz trifft ich bringe die um so menschliche schilde ich liebe euch wenn ihr das gemacht was ihr machen sollt kürze und ja und ab ich dachte dass ich kriege nicht mehr aber ich habe noch sponkel erledigt sehr schön wo sind die und toll ist mit den ganzen weg hier nach vorne laufen und nein viel spaß beim laufen das ist der nachteil um die soweit zurückgetränkt hat also wirklich so da oben läuft einer dann auf mehrere bogen schützen das sind meine opfer und soll ich jetzt nicht in den kopf und so schießen wir jetzt nicht in den kopf und jetzt werde ich auch noch die team kill oder wie lass mich noch mal in ruhe so schlafen schlaf zurückgekriegt ganz kurz durch ausruhen warten bis der herkommt auf geht's wir greifen an schild angriff das war okay ich will jetzt mal so einfach viel zu viele gegnerische bogenschützen und wie gesagt ich habe es schon mal geschafft ich habe den gegner an den fuß geschossen in den bogenschützen und dabei ist der gestorben der gegner war voll das war einfach so beim tod haa wesen oder ach wir sind vorne ist das nicht schön alles nur wegen mir eindeutig nur wegen mir meine schuld ich habe die meisten kids mit abstand die meisten 9 zu 3 so jetzt kommt her ich habe wieder ein menschliches schild das ist meiner geert den weg der nimmt ich mich sondern der nimmt nicht den sondern mich wie es auch alter der ist näher dran bin doch einfach gehen wenn ich dich in ruhe abschließen alles ist gut aber nähe muss natürlich wieder auf mich gehen immer auf die schwachen sowas hasse ich auch gerne aber sowas hasse ich bin glaube ich von hier aus treffen kann jetzt ein freundlicher und treten schon mit etwas viel glück aber nicht wirklich wollen das gucken wir mal hier durch da sind unsere ganz schön am slain da schießen wir lieber auf den da sehen was der macht er läuft so weiter dann müssten wir richtig hirn schießen nee das war viel viel zu tief dann gehe ich jedoch lieber runter weil sonst schießen die mich noch ab so gucke ich mal hier so durch die schon stückchen näher gezielt bisschen so ein bisschen zu hoch schade 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 dann kommst du jetzt da hinten raus guter junge und das war wieder zu hoch das gibt es noch nicht ok jetzt schießen die mich als nächstes ab und treffen wahrscheinlich ein bisschen bewegen so damit stehen das ist nahe zu stehen das ist ein netter junge nicht sondern nachteil wenn der gegner sich plötzlich anfängt zu bewegen also werden wir jetzt weg geholt da hinten steht noch einer wo alter was soll das das war ich nicht so und der auch nicht ok gut ist mir zu wenig action auf geht es ist genial beim verteidigen somit bogenschütze aber so hier da muss man ein bisschen weiter mehr angreifen ich werde jetzt schießt mich irgendein bogenschutz ab also ich schwörs das wird als nächstes kommen weil ich natürlich hier so voll unauffällig nach vorne laufe hier ist feuer da sind noch mal vier bogenschützen die auch haben sehr fast gruselig hier und noch einer auf geht sie nur ich mir und das neue gespawnt hat ich weiß dass ein hinter mir ich habe gesehen sehr schön benutzt du dir ich komme von hinten ich soll mich übrig lassen ok nämlich die torten hallo spaß war scheiß wand also hat mich schon wieder jemand ein weg mein weg es liegt wir zu langsam jetzt gibt es noch nicht nach menschen leute es wird schneller gehen 23 da 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 ich helfe dir und da muss ich mir selber helfen ich dachte nicht dass da auch immer so viele sind für mich gestorben und für den vaterland das ist nicht getroffen aber gehabt bei geboren ich dachte der hinter mir lässt mich mal in ruhe ist so nett aber fehler platz mit der nettigkeit ich gehe runter um sie mir einfach zu viele und jetzt jetzt können wir schön schießen aber das sehe ich immer erst danach nein du treffst mich nicht du musst mich nicht so steht mich im weg rum mensch leute ich bin nicht festgehalten und ich werde natürlich wieder von dritt angegriffen wer denn sonst ja nee ist klar was kommt der jetzt her hat du geblockt 46 oder es gibt es noch nicht das stimmt doch nicht hier unten ist mir zu viel los da oben sind zu viele bogenschützen ich bleib hier warte bis sie wieder ankommen achtung passt auf leute passt auf habe ich gesagt so ich habe euch mal geholfen kein problem keine ursache mache ich gerne dafür bin ich doch da so auf geht's noch nicht gesehen noch nicht noch nicht noch nicht noch nicht noch nicht ihr idiot warum schießt ihr auf den so klar so nach hinten guckt jetzt hatten einer erwischt das ist mal gut aha ich habe bogenschützige unterstützung jetzt davon fixer sich mit mir anzulegen ist einfach nur bescheuert so dass ich gerade im hochform bin aber außer es kommen zwei gegner auf einmal umarie blackrock kommt mal auf umarie umarie blackrock das ist ein richtiger namen engländer könnte ja sein bogenschützer keine gute idee gehen nur zwei schritte zurück und hilf mir hatte ich doch eher getroffen eindeutig ich weiß dass er gleich von hinten kommt ich helfe dir ich helfe dir ich helfe dir bleib stehen was verstehst du am bleib stehen nicht ganz ehrlich im kopf ab auf geht's ich hab wieder kiel gemacht das ist erst mal nicht dass ich das war ein gegner ich das wer noch von mir der wollte nicht dass ich seinen freund vorgewaltiger keine hang wie so aber naja Ja, ich durfte mal wieder schreien, hatte ich ganz vergessen. Ich kräfte die meistens nicht, wenn die tot sind. So, ein bisschen, äh, wie nennt man das, wenn man jemanden so, so wie du bist ganz schlecht und sowas provozieren. Hallo Skype, ich habe schon wieder vergessen, sich auszumachen. 3 von Nummer 1, 3 von Nummer 2 und Kopf ist ab. Die Axt ist schon cool. Nein, sie kriegst mich dann nicht. So, mal gucken, wo sind die Gegner? Da sind mir zu viele, da hau ich mal ganz schnell ab. Hier komm ich nicht raus, oh scheiße, Sackgasse. Nein. Haben sie mich gesehen? Haben sie mich gesehen? Wahrscheinlich ja, oder? Mal kurz rüberlucken. Nein, haben sie nicht. Sehr gut. Dann, die Gegner hat sich ein bisschen verringert. Wo? Oh, jetzt hat er geblockt. Das ist ja ganz cool. Zack, hab ich mir geholt. Wo sind die anderen Gegner? So wie noch keine da ist, ja, die langweilig hier. Ach, wir haben gleich gewonnen. Cool. Wir sind die letzten zwei. Wo seid ihr? Wo seid ihr da hinten? Da komme ich nicht mehr rechtzeitig hin. Das ist sowas von klar. Aber, naja. Ne, hier ist keiner mehr. Hey. Haben wir gewonnen? Ne, noch drei Minuten Zeit. Über den Blumentopf springen. Auch cool. Der sich hier irgendwo versteckt. Der kleine Lümmel. Na, ich sehe ihn bisher noch nicht. Falls ihr ihn seht, ganz laut schreien. Egal, an welche Uhrzeit ihr das hier guckt. Ah. Die müssen sterben. Sterbt. Stirbt. So, ich logge leider noch ab. Ich dachte, die Fahne wird da so zerrissen oder sowas. Wäre immer cool. So, hier noch irgendjemand. Ne, hier versteckt sich keiner. Na, in welcher Ecke bist du denn? Ich bin, er rennt auch hier gerade überall rum. Und findet keine Gegner. Das wäre so herrlich. Das wäre so herrlich. Wer ist es denn? Ach, der hat es gelieft. Na, super. Das hat sich, dass es dann in diesem Moment nicht mehr weitergeht. Wow. Ich jetzt, was eine Fernkampfhafte hätte. Hehehe. Ja, ich war, ich bin böse. Ich habe mir nicht richtig angegriffen. Ich habe nur mit dem Schild eins mitgegeben. Ha. Okay, der ist schon tot. Ha, ha. Ganz ehrlich, ich als Gegner würde darauf pokern, dass die irgendwann anfangen, das zu machen. Und danach noch ein übrig ist und mich dann zeigen. Nichts da, ey. Erst freundlich, friedfertig vorgeben und danach angreifen. Ja, nee, ist klar. Hö. Scheiße, 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 nein. Hat er den Kampfgewinn nicht noch? Ein Tag, wie viel Leben hat der? Hat er jetzt schon zweitmal nackt errichtet. Ein Überkopfschlag, diesen stärker. Ja, und jetzt hat er der Servern weg, Naton. So, ja, dann 1 Minute 31. Wir haben noch 11 Ressourcen. Mensch, sind wir gut, eigentlich überzahlmäßig. Alter, ich brauche doch mehr. Alter, ich brauche doch mehr. Ja, nee, Alter. Von dem Bogenschützen weggesnackt, ey, das gibt es doch nicht. Nee, ich wechsle jetzt nicht zum Bogenschützen, nee. Hast du die falsche Achse, oder wie? Wieso habe ich dich dann im Nachhinein so nicht schon gemacht? Jetzt kann man mal ein bisschen Nahkampf trainieren. Die letzte Minute noch. So, isn't the game supposed to end? Nee, scheinbar nicht. Wow, ey. Ja, nee, da kommt natürlich einer von hinten. Das ist jetzt wie bei einem frei für alle, nur dass man keinen Punkt dafür kriegt. Ah, scheiße. Und so wird ich schon wieder erledigt. Zack, zack, zack. Okay, das hat nicht so viel gebracht. Zack, aufs Bein. Scheiße, ich drehe gleich an, hier nicht. Verdammt, ey. Ich mache einfach viel zu wenig Schaden gegen solche dicken Ritter, aber gut zu wissen, ne? So, wo sind die? Da läuft einer. Schnell respawn, den will ich noch. Ach, wir haben keine Ressourcen mehr. Letzte Überlebende. Gern einen Follower. Und noch irgendjemand. Hm, scheinbar nicht. Doch, ein paar sind noch da. Ein paar sind noch da. Draw. Unentschieden. Ja, nee, ist klar. Ja, nee. Lol. Draw. Ja, das schreiben Sie auch in den Chatbox. Und da geht es 3 gegen 8. Oder 2, 4, 6, 7. Naja, ich habe von dem geschätzt. Ja, das ist dann schon ganz cool, wenn man solche Teammates hat, die dann einfach drauf losklappen werden. Dann macht es auch schon Spaß. Na, die sind nicht schlecht so. Waffenunterschieden. Each weapon has varied statics, der Effekt, ja. Und nochmal hier auf die letzte, obwohl es wirklich scheiße viel Spaß macht. Ist das ein neues Level? Hier war ich auch noch nie. Cool. Ähm, nochmal auf das, äh, hier letzte Session hinzuweisen. Das möchte ich ganz einfach machen, weil sonst wird das hier ja ein Endlos-Display werden, letzten Endes. Weil hier gibt es ja keine Story, die irgendwann endet. Und dementsprechend... Alter. Ich kann nicht schießen, das ist voll unfair. Na, egal. Ähm. Äh, äh, und dementsprechend wäre es hier ein Endlos-Display. Ich bin, glaube ich, noch zu früh in meiner Let's-Player-Karriere, um sowas mit dem Spiel hier anzufangen. Oder eigentlich mein, ein Endlos-Display anzufangen. Und... Alter, das ist echt ein geiles Level. Da war ich noch nie. Alter, ist das genial hier. Oh, erstmal Gegend erkunden. Wie bei Skyrim, erstmal erkunden. Ähm, vielleicht will ich ja irgendwo ein Item oder so. Kann ja sein. Ein Rambock? Oh, cool. Oh, ich hab'n geklemmt gefunden. Ist ja fast wie ein Item. Treffer Nummer 1. Den Snacks zu mir nicht weg, ist das klar? Ja, ne, ist klar. Ist klar. Naja, ähm... Und wie gesagt, ich möchte lieber erstmal Spiele spielen, die Story haben und dementsprechend noch irgendwann mal enden können. Zack. Da hatte ich sie nur erreicht. Ähm, Alter. So nicht anders geht das. Aber gegen Stein kloppt, muss man mit mir rechnen. Sieht wie das Rufzeichen für mich. Klopfstein, Sinu. Stopf, klein. Klopfstein, Sinu. Na, so ist das hier. Benedikt Hupfer. Ist ein echt guter Bogenschutz, so wie es aussieht. Hattel, ich höre die nicht. Also, ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Warum kann ich hier runter? Hattel, ich kann hier bauen runter, ist das mal ewig? Ich glaube, ich komme in so circa einem Jahr mal wieder und schaue, was sie alles Neues gemacht haben. So, also nun mal keine Chance gegen mich. Alter, da ist noch einer hinter mir. Ich habe nur seine Waffe gesehen und da wusste ich, ich bin tot. Okay, auf geht's. Im Nrwuge war ja Damu, oder wie du da heißt. Alter, 18, Jinche kann man runterschieben. Boah, hätte ich das gewusst. Oh, geil. Siehste, hat sich fertig gemacht. Zu spät. Ich habe schon alleine gekriegt. So müssen die Restlichen. Ist ja noch irgendwo welche. Kannst du das Ding hier vielleicht in Wallung setzen? Wow, oh. Cool. Also geh nicht zurück, geh nicht zurück. Sehr schön. Oh, fuck. Da war ein Bogenschützer oder so etwas. Das sieht aus wie ein Trainingslager oder so. Da hat der Bogenschützer. Ich bringe den Gegner zwischen mich und den Bogenschützen. Fuck. Teamkill, Alter, nein. Zeltoran Medik hat ein Teamkill gemacht. Boah, und ich finde, jetzt stirbt er auch noch deswegen. Das wäre ja die Höhe. Okay, ähm, auf geht's. Wo sind die Gegner? Ich war noch nicht links rum. Schauen wir, was hier so links ist. Also, hier ist eine Wand. Na, das ist jetzt nicht sehr einfallsreich, ne, Leute? Eine Wand links ans andere Ende zu setzen. Ja, nee, ist klar. So, oh, jetzt bin ich hier wieder. Okay, dort ist das Fall gespannt. Und hier kann man schwimmen gehen. Cool. Das sieht aber mal echt nice aus. So, dann stimmt auch die Gegner runter schubsen. Hier oben ist es noch vereist. Rutscht man dann hier runter. Wohin geht's? Das ist hier, wenn ich ins Wasser gehe. Tschüss. Alter, ich bin hier und ich kann über Wasser laufen. Kommt her. Jesus like. Laufen über Wasser. Yeah. Ist das geil. Also, eigentlich nicht. Aber ich kann über Wasser laufen. Wenn ich hier reingehe. Hier stürze ich bestimmt ab und bin tot. Yep. Aber ich konnte über Wasser laufen. Ah, cool. Ich kann über Wasser laufen. Soll nicht anders, muss es sein. Auf geht's. Haha. Und da und alle, da und es einer. Ich habe ihn erwischt. Das wurde mir nicht als Körner gezeigt oder Scheiß drauf. Auf noch ein Stückchen zurück. Noch ein Stückchen zurück. Noch ein Stückchen zurück. Zack. Erledigt. Ah. Fuck. Ah, böse, böse. Wie können die die Angriffe in die ganze Richtung machen? Fuck. Ich dachte, ich hätte ihn getroffen. Nein, ich schreck mir da zurück. Wie steht's eigentlich? 60, 63 für uns. Sehr schön. Oh, der Stein ist wieder da. Steinchen, Steinchen. Wuhu, und da rollte der Vorbote des Todes. Kamen leider keiner entgegen. Wäre ja zu schön gewesen. Jetzt will ich mal gucken, was passiert, wenn ich so hier mache. Aua. War nicht so schlau, ich merke's schon, aber man muss erstmal alles ausprobieren. Sieht auch ziemlich abschlagbar aus. Ne, scheinbar nicht. So, ist der Stein wieder da? Nö, der Stein hier drüben? Ja, der Stein ist da. Das ist immer schön. So, mit F. Treffe ich den leider nicht so gut. Ah. Und da rollt der Stein. Und treffe ich jemanden? Ne, leider nicht. Der hat zu schön gewesen. Das Ding ist wieder gespannt. Jetzt gehe ich da mal nicht drüber. Fragt mich nicht, wieso. Oh, na, wartet, wartet, wartet. Leute, guck mal her. Wow, der hat's geschafft auszuweichen. Fick dich. Alter, meine unglaubliche Todestaktik hat nicht funktioniert.